Wir stehen heute am Montag vor der letzten Plenarwoche im Jahr 2018. Am Freitag hat die CDU eine neue Parteivorsitzende gewählt. Wir hatten viele, viele Personaldiskussionen, spannende Diskussionen. Aber jetzt geht es wieder zurück an die Sacharbeit. Am Donnerstag werden wir uns in erster Lesung mit einem Gesetz beschäftigen, was die Terminvergabe bei den Ärzten verbessern soll. Am Freitag geht es um die Buchpreisbindung, die wir als Union gerne verteidigen möchten. Einige möchten, dass die Buchpreisbindung aufgehoben wird. Wir werden in dieser Woche natürlich viel über den Brexit sprechen. Es stehen wichtige Entscheidungen in Großbritannien an. Und insofern haben wir viele, viele spannende Themen. Verfolgen Sie dies auf den sozialen Medien. Begleiten Sie uns dabei gerne. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2019